Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Bude. Willkommen zur letzten Folge des Adventskalenders, die auf Turbo Start Packs basieren wird, am 8. Dezember. Mal gucken, es ist somit auch die letzte Folge Hand nach dem nächsten Florges Turbo, nachdem wir bereits drei von den Dingern hatten. Und vielleicht auch die zweite Folge ohne eine besondere Karte, auch wenn ich es nicht hoffen will. Dann mal gucken. Oh, nur eine Rare, das andere ist klappen. Und die Ausnahme machen sie noch nicht. Hey, Florges, dich hatten wir ja noch nie. Vor allem nicht in Turbo. Start. Meine Witze sind super, mega, super, toll. Klinfer hat Spaß. Hier sind die Graulern. Eine Regenbogenenergie. Genau, eine Regenbogenenergie. Und eine Regenbogenenergie. Reburst. Hahaha. Also, ne. Die Ausnahme darf es auch mal geben, dass es eine besondere Karte bei nur einer Rare gibt. Ja, jetzt sollte es geben. Ansonsten, ne, ma blu. Ansonsten wird das hier keine gute Folge. Und ich gucke weg. Drei, zwei, eins. Ach komm. Gut, damit ist Hand nach dem Florges zu Ende. Die nächste Folge wird die letzten XY-Packs beinhalten. Evolution. Evolution. Vier Stück gibt es. Drei davon kommen nächstes Mal. Vier Stück. Vier Stück. Vier Stück. Vielen Dank.